Musik Party und Piste erleben Sie Obertauern. Hier in Obertauern können Sie nicht nur Ihre Schwünge auf der Piste machen. Das Wetter ist super, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, perfekt, Schnee perfekt, besser kann es eigentlich nicht sein. Heute geht es nicht mehr zu toppen. Auch der Einkehrschwung neben der Piste lohnt sich. In Obertauern können Sie sich bei Kaiserwetter von Live-Musik mitreißen lassen. Ja, ist absolut super. Wir sind zum 1. Mai in Obertauern, aber bestimmt nicht das letzte Mal, weil echt total klasse Pisten und einfach spitze. Nur empfehlenswert. Oder Sie feiern an einer der zahlreichen Après-Ski-Bars direkt neben der Piste. Musik Sag mal als Après-Ski-Lehrerin, was sagst du denn zum Après-Ski in Obertauern? Richtig geil. Richtig, richtig geil auf jeden Fall, oder? Ja, ja, ja. Richtig gut. Sehr gut, sehr gut. Und nach einer kleinen Stärkung erobern Sie die nächsten Hänge. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020